Tag Leute und Willkommen zum ABC Schutz Simulator es wurde sich gewünscht dass ich ein neues Let's Play dieser Art mache demnach tue ich das jetzt in Form des ABC Schutz Simulators, den habe ich schon mal auf meinem Kanal gezeigt aber habe ihn abgebrochen weil ich dachte das Spiel wäre im Arsch ist aber nicht deswegen jetzt die zweite Saison des ABC Schutz Simulators meine Fresse rette den Genitiv so also wir fangen natürlich wieder von ganz vorne an ist klar denn mein alter Spielstand ich weiß gar nicht ob der noch da ist aber ich hatte jetzt auch keinen Bock nach der langen Zeit irgendwie den alten wieder aus dem Keller auszubuddeln und ihr versteht ne von daher machen wir das jetzt so aber auch irgendwie überhaupt keine Ahnung mehr wo was ist wo ist denn meine meine oh hier sind wieder die netten Freunde guten Tag wie die überhaupt nichts auf ihren scheiß Computern sehen ne oh das sieht aber sehr interessant aus was hast du denn da hinten im Kopf drin da hat ihm einer auf den Rücken gewichst ich glaub's kaum hallo grüßen wir aber nicht schlecht Kollege wo ist denn hier was zum pennen die Cafeteria hallo hallo wie geil ist das denn du hast deine Pizza aufgegessen Kollege richtig krass jetzt hat sich meine Stimme voll überschlagen weil ich so begeistert von diesem krassen Ficker war aah richtig super so ich hab mein mein Schlafhäuschen aber immer noch nicht gefunden und auch mein Büroli hab ich noch nie gefunden noch nie noch nie alles klar noch nie hab ich noch nicht gefunden was ist denn hier nein nicht wirklich was denn hier na ne ne ich schlaf nicht mit anderen Leuten zusammen also zumindest nicht mit anderen Männern der ist auch gerade angereist wohl wurde gerade der in die Irrenanstalt verbannt das werden mich alle alle Feuerwehrmänner schlagen aber das ist kein Problem damit komm ich klar wir haben auch andere Sanitäter plötzlich aah die Klos auf die Klos Klo die Klos in der Flughafenfeuerwehr waren aber schöner wie sieht's bei den Weibleins aus bei den Weibleins ist es auch nicht schöner muss ich die sauber machen hier ein bisschen ins Waschbecken spucken damit sich die Weiblein auch freuen ja ich hab kein Büro mehr oder was und kein kein Pennsaal was ist denn los äh ähm äh äh kann ich denn auch in einem von den anderen Zimmern einfach schlafen hab ich ein bestimmtes Bett oder äh 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 skedda ab skedda nein man noch eine höher so ich weiß gar nicht wofür die ein Weibleinklo haben wenn hier überhaupt kein Weiblein rumläuft das versteh ich nicht oh auf der Landstraße zwischen Spedition Winkler und Peters Tunnel wurde ein Alarm gemeldet hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gesehen begib dich schnellstmöglich da hin sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein so kümmere dich unverzüglich darum hier geht's raus hier geht's raus hier gibt's nebenbei weniger Autos als beim Flughafenfeuerwehrsimulator 2013 demnach sollte das Let's Play auch nicht so lange dauern boah Junge obwohl ich mich beim Flughafenfeuerwehrsimulator ja auch äußerst dämlich angestellt hab ne muss man ja einfach mal so sagen denn das war ja aaaaa diese Karre fährt sich scheiße um hier mal direkt das zu sagen was man meint eine Kuh aaaaa aaaaa hi guten Tag guten Tag hui das Ausspringen sah aber äußerst realistisch aus Kuh und da ist ja auch ich stehe die ganze Zeit mit meinem Wagen direkt neben der brüll der die Ohren zu und die liegt da rampft der Gras und irgendwann dann plötzlich hui da ist der Alarm da ist der Lärm hui weg alles klar das Spiel macht Sinn Leute bitte das Spiel macht noch macht fast so viel Sinn wie der Flughafenfeuerwehrsimulator also macht euch nicht lächerlich drüber ach das ist ja schon wieder man aber hier kann man nicht so gut querfelde einfahren also ich weiß nicht ob man kann aber ich hab's noch nicht auch probiert das muss man eigentlich mal tun ne so hier ist Alarm wie schön drehen kann man sich damit immer noch so wie mit der anderen alten ersten alten Karre so aussteigen jetzt ist der Falle die Gärten nein da hab ich schon mal gebracht so löschen Geh aus scheiß Heuballen ich frag mich ja auch wie kann einfach so hier nur wegen Sonne ein Heuballen anfangen zu brennen das ist doch eigentlich nicht der Fall oder oder wird mich jetzt jedermann umbringen was geht denn mit dem Baum ist aber eine äußerst realistische Windsimulation ja ja besonders weil der Baum hier vorne total abgeht und die Bäume da rechts hinten sich überhaupt nicht bewegen nebenbei macht der Baum irgendwie Baumili Klitschko Baumili Klitschko na 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 oh na na Baumili Klitschko ich glaub so nenn ich die Folge Baumili Klitschko der hat so geboxt weiß er hier wollte ich auch mal noch mal nachgucken hier ist der Euro Truck Simulator warte da ach du bist ein Arschloch warte da alle Torwart und wir kommen zum Euro Truck Simulator 2 wir sind hier gerade unterwegs nach Wissabon Morgens 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 weiter hier wir haben uns ein bisschen und das und die 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 und dann kann man die sind jetzt haben wir ist ja kein Problem, dann können wir hier einmal kurz abliefern, was wir abliefern müssen machen wir das einmal nehmen wir jetzt hier das Ablieferzeug und tun das dann hier in die Ecke, fertig das war auch schon vor der heutigen Folge Euro-Jungs-Leute zwei, wenn sie sich fallen, dann lass uns da oben nach oben, dann sehen wir uns in die nächsten Folgen wieder, bis dann noch mal, und schau wir schaffen Klarheit du 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 was sieht irgendwie aus von was ist das wo ist das, der auf dem Plakot Hilfe es spukt in dem Auto spukt es ich steh mal nicht, vorne in dem Cockpit jetzt hab ich Angst jetzt Hobby Angst Eieieiei gleich mehrere Titel für diese Folge aber ich glaub der Baumili Klitschko, der wird siegen Lager 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 Sommiert ich habe wir Parkhaus Lager Lager der Torwart hatten Warte da müssen wir mal was ausprobieren Lern ich würde noch gut was hier ist ich kann es nicht lesen doch aber dann wurden doch gleich noch was ausprobieren. So. Ja. Und. So. Und. So. Und. So. So, Parkhaus. Werd ich geparkt. Passt! Passt, sitzt in der Luft. Ich bin so ein Idiot. Wisst du das? Natürlich wisst du das. Ich meine, guck dieses Video. Ich meine, guck dieses Video. Ich merke daran, dass ihr das Video habt, dass ihr nicht luchkriegt. Ich will euch jetzt eigentlich beleidig nicht festen. Aber das ist auch nicht. Diese Fragen der Menschheit. Wo muss sich hinbekommen. Ah, ich muss links, dann rechts, dann rechts, dann links. Verstanden. Links. Was auch noch ein paar Minuten. Da ist einer am Qualm. Nimm dem die Zigarre weg. Ich glopse kaum, ey. Da ist einer am Kiffen. Boah, Leute. Leute, Leute. Simu-Welt. Simu-Welt. Äh. Das steht da oben auf dem Schild. Spedition Winkler. Ah, das ist die Spedition Winkler. Krass. Hier sind immer die Schnellsten. Denn andere noch fallen, liegen wir schon auf der Nase. Was ist ein Spruch. Oh. Was ist ein Spruch, Leute. Da habt ihr jetzt aber meine rausgehauen. Das ist ja richtig krass. Vom Achtgebirgstunnel wurde ein Alarm gemeldet. Es wurde ein Passant... Was ist das für Scheiße? Es wurde ein Passant gemeldet. Es wurde von einem Passanten gemeldet. Von acht Gewicht zu dem wurde ein Alarm gemeldet. Es wurde von einem Passanten gemeldet. Es wurde von einem Passanten gemeldet. Es wurde von einem Passanten gemeldet. Es wird besser nicht mehr auf dem Weg kommen. Aus den Füßigkeit auszutreten. Es gibt bislang keinerlei Hinweise über die Herkunft und den Inhalt. Deswegen ist größte Vorsitzende. Zunächst muss eine Probe der Substanz mit dem Roboter in Lohn werden. Und dann wird gut analysiert werden. Danach können weitere Schalter eingeleitet werden. Hauptmini. Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten. Wenn Sie Ihren Guter am Stand abfragen möchten... Dixi-Klo! Da. Wenn Sie Ihren Guter am Stand abfragen möchten... Mobile Toilet. Hallo? Hallo? Shadow Man hier. Hallo? Ich möchte gerne... Äh... Mit... Der Schatten ist merkwürdig. Der ist gerade durch meine Kamera durchgefahren, der Penner! Da steht nebenbei auch drauf keine Telefonzelle. Ich kann nicht lesen, es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Die können ich hier nicht wieder gut machen. Nein, ok. Was, 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 was. Denen Mal schon nix. Der ist immer schon nix. Irgendwo, in irgendwo. In der Nähe von Lissabon. Lissabon, Lissabon! In Lissabon! 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 hier als er die Einheit zurück zu Wache fahren können aber okay denn jetzt kann ich ja den Weg zurück zu Wache eine Bushalte da war eine Bushalte ich frage mich ja ob da auch eine Bushalte an der Bushalte ich glaube nicht ich habe nämlich noch keinen Bus gesehen auch keiner einen Bushalte was ist denn das für ein Licht dahinter das ist kein Licht das ist kein Licht das ist dein Gesicht so guten Tag Feuerwehr ist da wie kann ich ihm behilflich sein ich mache mal kurz den Selbsttest gut da ist nichts gefährliches drin wir können wieder abfahren tschüss ich weiß schon dass da nichts gefährliches drin sein kann und trotzdem muss ich jetzt noch mit diesem Pissroboter dahin tuckern ein aber so ein da die bloße ein Gerstopp weiter bitte computer mein Name ist Mr. Computer die Analyse besagt dass es sich hierbei lediglich um Verdünner handelt somit kann der Inhalt gefalllos abgepumpt werden hole dazu den Pumpbehälter aus dem Wechsellader und positioniere ihn vor dem undichten Behälter um die Flüssigkeit abzupumpen alles klar Chef mein Gott ey Marsmännchen kannst doch mal irgendwie so ein bisschen gescheit parken ist das wohl posibel in deinem Leben Marsmännchen boah ey das Spiel ist ja ein Horrorspiel so unglaublich ich wollte eigentlich so ein lustiges WLAN Schlauch ein lustiges WLAN Schlauch Spiel spielen aber ich spiele ein Horrorspiel guck ich euch den mal an er hat eine Maske da steht wahrscheinlich dass der Henry Henry Maske lalala 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 das hat jetzt nicht sonderlich viel mit Bildung zu tun ich weiß nicht mehr aber ok passt also da ist die Wache Feuer am muss Gott was machen warte wuuh b eeeh ich will den Flughafen Feuerwehr Simulator zurück eeeh hals maul schrottplatz hier wurde eine leichte rochelnwicklung gesehen ergibt die schnellste möglich dorthin sollte wirklich ein Feuer ausgeboren sein so kommen wir nicht all jaja was hier ist okay ok habe ich verstanden da ist der Sportplatz äh was ein Kani äh Hase 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 Hä? Der hat doch gesagt, auf dem Gelände des Sportplatzes, oder nicht? Wo ist das denn, Sportplatz, Alter? Wo macht ihr denn Sport? In einem Müllkipp, oder was? Nee, ist eher eine Müllpresse, wenn ich mir das Ding da angucke. Also, Müllverbrennungsanlage, ne? Ist klar. Was ist das denn hier? Was ist das? Doch, ne Müllkippe. Boah, ey. Ich mag dieses Spiel nicht. Irgendwann kommt noch irgendein Sohn Viech. Plötzlich, vor mal. Draster vor meinen Augen, oder so. Ich kann es mir schon vorstellen. Boah. Leute. Lässt es doch mal hören. Machst es doch nicht mit mir. Warum denn? Ich finde das nicht gut. Hase. 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 Da ist ein Hase. Ein Hase durch den tiefen Teils. Hase. Und nicht schon wieder fester Hase. Nicht schon wieder fester. Nicht schon wieder. Oh. Hört mich verfahren. Lass mich raus. Stücke fest. Stücke fest. Äh. Nein. Raus. Raus. Danke. Danke. Also. Fahren wir mal bis nach den... Oh, Great Britain. Äh, genau. Wir sind in Great Britain. Alles klar. Vielleicht noch ein Stück weiter weg, oder so. Willst du mich verarschen? Wo sind wir denn hier? Nein. Nein. Und wo sind wir da? Da holt einer auf. Ach. Du Scheiße. Ja, fahr doch, du Scheißnotarzt. Bist du denn kernbehindert, oder was? Otto Lilienthal war so gescheiter als du. Und der ist schon auf der Fresse geflogen. Mit seinem scheiß Gleiter. Aber ohne den Herrn Lilienthal würden wir uns alle nicht fliegen können. Fliegen können. Oh, fliegen. Ja, genau. So heißt das. So, wir haben unser Fass. Fass mich nicht an. Also, ich prophezeie, dass in diesem Fass keine gefährliche Flüssigkeit drin ist. Ich kann auch schon sehr sicher sagen, dass meine Prophezeiung richtig sein wird. Denn ich habe es vorher geprüft. Ah. Das Marsch... Das Marsch... Marsch... Henry... Henry... Moskow. Aber auch die Hände. Ah. 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 Hinstellen. Danke. Herrgeben. Henry. Henry, du kannst. Ernst, tschüss. Tschüss, Henry. Tschüss, Henry. Tschüss, Henry. 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 Maske. Henry. Maske. 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 Das ist das Chemiewerk. 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 So ist das Chemiewerk. Aber das gucken uns später noch mal an, in einer anderen Folge, ne? Muss ja nicht zu viel geiles Zeug auf einmal hoffen, in dieser ersten Folge, ne? Ne? Deswegen machen wir das später. 70 ist hier, da geht mal Stoffkollega. Obwohl, ich glaube, Feuerwehrsmodell hat natürlich auch nicht die, ob welche Geschwindigkeitsbegrenzung machen. Oha, also. Hä? Ich fahre überall so viel, wie ich fahre nicht will. Ich fahre nicht falsch. Ah, ne, ich fahre nicht falsch. Ich bin nur hin und anderen Weg gefahren als zurück. Da ist Wissabon. Willkommen in Wissabon. Da steht Stop, aber ich verweide. Ha, ha. Oh, ist drauf. Da ist eine unnötige Gleitkanker. Da ist ein unnötiges Auto. Also. Ich fahre aber auch wie besenkter, ne? Aber okay. Obwohl sollte man noch bescheid fahren, wenn man noch beschissen fahren kann. Mal mit, da die Kühe. Hmmm. Rechts, 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 rechts. Im Spiegel sieht man so viel. Wisst ihr das, im Rückspiegel. Guckt mal den Rückspiegel. Da sieht man so viel. Das ist richtig klasse. Der hilft einem. Der hilft einem so krass. Also ohne den Rückspiegel, würde ich, glaube ich, nicht überleben gerade. Bam. So. Jetzt möchte ich Nordmantikvoemen finden. Bin endlich mal wieder einer Wache angekommen hier. Gib mir mein Bett. Gib's mir! Gib's mir! Ja. Ja. Okay. 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 So ist denn mein Bettchen? Bettchen! Ich hab mein Bettchen gefunden, Leute. Und da ist wieder ein Traumturm! Woo! Ich habe wieder ein Traumturm gesichtet. Findet ihr das auch so toll wie ich? Wann kann ich eigentlich meine Schicht beenden? Das müsste doch eigentlich um 8 gehen jetzt, oder? Weil wenn das jetzt nicht geht, dann hab ich ein Problem. Ich muss nämlich jetzt gleich weg. Dann bin ich am Arsch! Wisst ihr das? Wo kann man denn seine Schicht hier beenden? Äh, malo? Ah, ah, hallo? Hallo? Ah, hallo? Hallo? Hier, hier ist doch, oder? Hier? Hier? Ey! Ach hier! Danke! Bist du mir Serie oder was? Äh, äh, äh. Ich bringe diese... Ich bringe diese... Dieses Waschbecken zum Schweben. Äh, äh, äh. Äh, äh. Nein! Ich kann aber nicht! Ich muss weg! Ich muss zur Schule. Oh, hier gibt's ja so ein Hafengelände. Sachen gibt's. Ich kann das jetzt nicht speichern. Ah, das war's für die heutige Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann drück den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, was weitergeht. Mit dem ABC-Schutz-Simulator bis dann. Und ciao! Ich weiß nicht, ob ich das speichern kann. Oder ob ich nur... Oh, scheiße! Und dann... Vielen Dank.